Ich bin 65 und lebe in Majuro auf den Marshall-Inseln. Ich war in verschiedenen Regierungen, als Außenminister, Finanzminister und Minister für Gesundheit und Umwelt. Sie kann Wohlstand bringen, wenn es gut läuft, aber sie ist auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn man alle über einen Kamm schert und überzogene Forderungen an kleine Länder und kleine Volkswirtschaften stellt, nur damit sie einer Stereotypenvorstellung entsprechen, wie Volkswirtschaften sein sollen. Wie Sie sehen, gucken die Marshall-Inseln bei Hochwasser nur zwei Meter aus dem Wasser. Und deshalb sind wir natürlich anfällig für die Folgen der Erderwärmung. Manche meinen, dass wir wegen des Klimawandels umsiedeln sollen. Aber ich denke, das ist keine Alternative. Wenn die Menschen der Marshall-Inseln ihr Land verlassen müssten, dann zerstört man eine Nation, ein Volk, eine Kultur. Ich bin jetzt 65 und da macht es mich glücklich, einfach mit meiner Familie zusammen zu sein, mit meinen Enkeln und Urenkeln. Da habe ich zwei davon. Und dann setze ich mich noch für die Bewahrung der Natur ein und züchte exotische Pflanzen. Als Außenminister habe ich natürlich viele Länder gesehen. Aber in einem Teil der Welt war ich noch nicht. Afrika. Vielleicht mache ich ja eines Tages noch eine Reise dorthin. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie, meinem Land und meinem Ozean verbringen. So stelle ich mir den Rest meines Lebens vor. Ich möchte eigentlich etwas über diese Arschung sagen. Vielen Dank.